einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja zu einem fazit video würde ich jetzt mal sagen ich habe jetzt den echo show 8 zweite generation habe ich ja schon eine ganze weile gehabt und habe ja von mir immer jetzt also den habe ich auch von mir immer geschenkt bekommen und den habe ich jetzt geschenkt bekommen hatte gern video gemacht wenn wir glück haben kann ich der zeitgleich war und entscheiden mit dem unboxing und dem hardware von hier und oder erst einrichten vom echo show 8 in der dritten generation weil ich hatte das jetzt geplant und habe noch ein paar tage zeit bis das veröffentlicht wird und ich habe die jetzt parallel und halt auch einzeln zwei wochen habe ich den jetzt mindestens getestet und die sachen wo ich eigentlich gedacht habe dass die mir besonders positiv auffallen sind okay finde ich auch gut und die sachen sache wo ich gedacht habe die fällt gar nicht ins gewicht die ist für mich der knaller ja um wir jetzt nicht so viel spoilern werden wir gleich sehen vom bild her sind sie beide identisch ich mache mal nach unten mit euch die damit wir da mal ein bisschen ran gucken können so beides echo show 8 ich mache mal hier auch den gleichen winkel so beides echo show 8 bei überall läuft natürlich amazon betriebssystem ich habe schwierigkeiten zu hören kannst du das noch mal sagen nein danke okay dann nicht muss ich mal ein bisschen leiser machen bei dem neuen sind die töne besser und die kann man auch besser einstellen als beim alten ist meine meinung dann kann man hier mal kurz ein bisschen lauter machen amazon timer stellen zwei minuten amazon timer stellen eine minute zweiter timer eine minute ab jetzt ich mache jetzt bilder sind hier so stumm gescheit damit sie halt nicht angehen wenn ich amazon oder sowas sage weil die hören weiter auf den namen amazon weil in der küche ist halt amazon wohnzimmer echo schlafzimmer echo flur ne wohnzimmer und schlafzimmer alexa flur echo schlafzimmer badezimmer computer und die bin auf amazon ich finde es gut mit dem mit dem menü dass man sich das hier anpassen kann das habe ich bei dem älteren nicht so oft gemacht dass man sich halt die zeit jetzt hier oder halt auch den timer hier so drauf klicken kann ja habe ich beim älteren nicht so oft gemacht jetzt zeige ich euch was bei der springt jetzt als erstes an ich mache eigentlich die tanz symbol damit er aushalten ausgehen soll und er geht nicht aus alle paar male funktioniert das mal aber nicht zuverlässig das ist das was mir eigentlich wo ich dachte naja ist halt schön dass es da ist aber was auf dem neuen viel viel besser läuft und was ich da jetzt wirklich regelmäßig genutzt habe ja ich dann immer noch gesagt amazon aus oder so weil das die handgeste nicht immer funktioniert hat vielleicht von zehn mal vielleicht einmal funktioniert hat und hier bei dem das ist jetzt vor für effekt das ist jetzt wirklich vor für effekt also normalerweise funktioniert das und funktioniert sehr sehr zuverlässig bei dem neuen die stehen also der steht jetzt an der stelle wo er vorher standen hat also genau an der gleichen stelle mit dem hat jedes mal funktioniert das ist jetzt vor für effekt dass man nicht funktioniert hat sogar über mega mäßig begeistert von dann dieses ihr seht ja dass es jetzt dieses kleine menü ist und wenn ich jetzt der neue hatte ja wenn ich jetzt hier ran komme und der mich erkennt jetzt habe ich da oben seht ihr das da ist mein icon wenn ich darauf klicke wird geladen odin ja dein profil zurück so und da oben ist jetzt ich werde mal ganz so damit ihr das sehen könnt so hier oben da ist das icon dass er mich erkannt hat das funktioniert nicht immer wenn mehrere da sind so schnell ich kann es euch noch mal zeigen so zack so müssen wir kurz warten das ist da und schon hat er erkannt hier oben leuchtet es und dann hat er erkannt dass ich jetzt da bin funktioniert auch in der küche dass wenn er sieht und dann kommt das icon dass ich jetzt da bin dann individualisiert er den bildschirm kann man sich alles einstellen und ihr seht ja die uhr jetzt hier so klein und wetter auch klein wenn jetzt hier die wetter app drauf ist also gerade die wetter ansicht ist weil irgendwie klappt das nicht dass er mir nur wetter anzeigt er zeigt mir immer wieder irgendetwas anderes an obwohl ich das hier schon 20 mal alles deaktiviert habe so groß jetzt wird es klein seht ihr das weil er weiß ich bin jetzt da so groß so jetzt hat er erkannt dass ich da bin da oben ist mein icon und es ist kleiner geworden und zeigt mir mehr temperaturen an ich muss nur hinkriegen damit er wirklich die ganze zeit nur das anzeigt dann bin ich echt zufrieden weil er zeigt mir alle anderen habe ich schon ich habe schon deaktiviert und was weiß ich muss mal mit mir immer quatschen die kennt sich mit den teilen da ein bisschen besser aus also meine tochter hört gerade umschildern aus der tag das ist recht geil weil wenn du den in der küche so zu stehen hast so so schräg habe ich den stehen und ich komme dann halt im flur dann kann ich schön groß den wetter sehen und sobald ich reinkomme in die küche und etwas näher dran bin weil er ja schräg steht und der sieht ich bin das wird das wetter kleiner und ich habe die ansicht noch mit den temperaturen für die nächsten tage finde ich saugeil vom bildschirm nehmen die sich nichts bin ich der meinung das ist maximal dass der ein bisschen heller ist aber sonst nehmen die sich vom bildschirm gar nichts der ton jetzt habe ich das so der ton ist aber bei dem neueren wesentlich geiler also ich habe auch schon aufgedreht gehabt da kamen schon die nachbarn vom optischen halt klar das ist jetzt hier ein bisschen abgerundeter beim alten und hier haben wir dann halt eine kante mit drin hier haben wir runde tasten die ein bisschen klingen und fitzelig sind finde ich da finde ich die tasten hier sind so länger beim weißen und beim neuen und ein bisschen mehr raus gehoben sind besser erfüllbar zeige ich euch gleich auch noch ist jetzt aber nur meine persönliche meinung also das ist der alte da haben wir dann halt hier kleine hier sind sie hatte so kleine runde tasten das ist für die kamera die habe ich immer an weil ich benutze auch gleichzeitig als erkennung also die kamera muss ja an sein damit er mich erkennt ob ich da bin damit er das bild hier anders macht und auch gleichzeitig kann man das als überwachungskamera benutzen wenn in eine küche kommt oder so oder flur oder was weiß ich wort habt ihr kamera haben wir jetzt hier nicht mehr auf der seite und hier aus versehen angemacht so und dann haben wir hier noch zwei tasten und die sind wesentlich besser zu bedienen oder zu ertasten wenn man einfach mal oben ruft tatscht als diese kleinen runden beim vorgängermodell so haben die eigentlich so nicht so wirklich unterschied also eins hier was ist was hier halt mit bei ist dass die gestensteuerung hier definitiv viel viel besser als in der generation 2 funktioniert viel viel besser und das überhaupt funktioniert hier keine glück haben wenn sie mal funktioniert hier nicht einmal im stich lassen außer jetzt im vorführeffekt mit dem annähern also mit dem kamera als überwachungskamera benutzen hat der alte ja schon aber mit dem annähern ist jetzt hier neu und der ton ist hier wesentlich besser höhen tiefen besser kommt alles besser rüber es hört sich kraftvoller an es hört sich schöner an und mit dem ton einstellen ist hier auch ein bisschen präziser oder vielleicht kann es so sein dass ich es mir einbilde ich habe es hier auch eingestellt dass halt ein wecker wie lauter sein soll wenn amazon sage wie lautet sein soll und wie laut sie antwortet finde ich auf dem neuen besser hier habe ich es auch eingestellt exakt so wie da funktioniert hier besser das ist mein empfinden jetzt dass das wirklich denn so ist wie ich es haben will und nicht beim wenn ich amazon sage dass das ding jetzt hier brachial laut ist und mir die ohren wegfetzt und den wecker den höre ich kaum oder halt umgedreht das finde ich sehr schön ist meine persönliche empfindung halt hier seht ihr auch hier ist immer klein hier haben wir jetzt in groß das wetter und sobald ich jetzt hier rankommen auch jetzt habe ich schon wieder hinten auf den ausknopf gekommen entschuldigung so können wir aber raus so also beides sind wirklich schöne geräte ohne frage ich finde auch schön dass hier mit der kamera weiß ist ich habe auch schon wo ist das hier oben ist ich habe auch schon erfahren dass bei den schwarzen das auch weiß ist also das müsste amazon mal verbessern das ist hier genauso beim älteren modell wenn hier die kamera zu ist dann ist das weiß das ist echt also ich weiß nicht was sie sich dabei gedacht haben beim schwarzen ist es schwarz weiß und beim weißen bleibt es auch weiß also ich finde hier hätte amazon nicht umgebracht das ding hier schwarz zu machen ja genau wie beim generation 3 beim schwarzen modell ich finde aber persönliche sehen das weiße modell schicker vom optischen jetzt als das schwarze modell und das neue modell überzeugt mich halt mehr als das ältere modell die sehen jetzt unterschiedlich groß aus wahrscheinlich im video aber sind exakt die gleichen exakt gleich groß und bildet 8 ich habe schon acht beide sind sie an sich gute geräte aber halt wie sagt er hat hier ein paar mängel die bei mir ich habe auch update schon gehabt und so die bei mir nicht behoben wurden also gestensteuerung zum beispiel dass er ich so mache davor damit der wecker beziehungsweise timer dann stoppt hier bei zehn mal einmal das hat vielleicht funktioniert wenn man glück hat hier jedes mal ohne probleme ich weiß ich habe schon ein paar mal erwähnt aber das ist einfach so geil weil ich habe mir in der küche stehen und wenn ich einen timer stelle fürs kochen fürs backen oder was weiß ich und dann jedes mal so mache und das funktioniert nicht und dann doch noch amazon sagen muss und aber gerade ein lied läuft und ich mit der klein ja gerade was mache in der küche oder so oder frauchen mit der klein was macht dann will man halt nicht kennwort sagen damit sie reagiert weil dann wird die musik leiser reißen aus dem flow raus da ist es viel schöner macht so timer aus die musik läuft ganz normal weiter ist viel viel angenehmer und bringt viel mehr ruhe rein aber sonst an sich beides sehr schöne geräte ich bin mal gespannt beim dritten ich hoffe die software wird dann noch mal ein bisschen mehr angepasst weil hier ist wirklich viel drin aber einiges haut halt nicht so optimal hin in beiden nicht wie gesagt dass ich halt sachen abgewählt habe und hier trotzdem vorne alles durchballert an informationen was du ja nicht haben willst ich will einfach nur wetter und dann ab und zu und dann die fotos von der familie haben die habe ich jetzt extra jetzt hier für deaktiviert dass dann halt wetter kurzzeitig da ist dann die fotos und bevor also ein foto für fünf sekunden oder zehn sekunden dann kommt noch mal wetter dann nächste foto wetter nächste foto mehr brauche ich nicht dann bin ich wunschlos glücklich und hier pokémon des tages und so ich habe das alles gar nicht aktiviert ich habe keine ahnung die ballern mich zu mit irgendwelchen sachen auch kalender und so habe ich jetzt hier mal habe ich jetzt hier für deaktiviert aber habe ich hier auch aktiviert weil ja habe ich dann eine übersicht und kann von jedem gerät aus zugreifen und habe dann meinen kalender dann immer zahnarzttermin und was weiß ich was ich vorher eingetragen habe im händisch in einem normalen kalender mache ich jetzt halt hier oder halt über handy oder so wenn ich gerade unterwegs bin oder der zahnarzt mir gerade den termin gibt ja sonst gibt es ja eigentlich nichts weiter zu sagen zwei wirklich schöne geräte der dreier überzeugt mich komplett wie gesagt ich habe also mit der gestensteuerung war nicht beabsichtigt dass das für mich so ein game changer ist weil das hat hier da war ich schon so enttäuscht von dem und dann habe ich es hier insgesamt mal getestet und zack bumm hat hier das mal funktioniert da habe ich ein paar wecker gestellt einfach nur um zu testen immer funktioniert immer und das mit dem rangehen und so das ist ein cooles feature das nutze ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich aus wenn ich in die küche reingehe und der weil wie gesagt der steht schräg der erkennt mich ziemlich spät wenn ich da bin weil er ja schräg steht und nicht Richtung Flur direkt raus scheint scheint also praktisch wenn ihr ihr seid jetzt der Flur habe ich dann halt so schräg stehen dann kannst du vom Flur immer noch gucken das wird da groß und dadurch weil die Kamera ja dann so ist und nicht so lang erkennt er mich halt ziemlich spät wenn ich reinkomme in die küche aber ist kein Problem ach jetzt habe ich schon wieder ausgemacht ich komme hier ständig auf den Ausknopf hinten rauf aber ist überhaupt kein Problem ist für mich so optimal wirklich optimal so also wenn ihr euch einen holen wollt definitiv den 3er es sei denn ihr legt auf die Gestensteuerung nicht so wert und den Ton dann könnt ihr auch einen 2er nehmen aber wenn ihr Gestensteuerung haben wollt und auch dass ihr euch erkennt und dann darauf reagiert natürlich und einen besseren Ton haben wollt dann könnt ihr mich da zum 3er greifen so das soll soweit auch zu dem Video gewesen sein wie gesagt das ist nur jetzt erstmal mein Vorabfazit jetzt nach 2 Wochen in etwa Benutzung ich werde die beiden parallel noch weiter testen oder jetzt erstmal nur ein weil Frau hat schon den Meckert das nimmt so viel Platz weg wenn beide auf der Arbeitsplatte stehen ich werde jetzt erstmal nur den neuen dann stehen lassen und den schwarzen abbauen oder ausmachen und halt nicht stehen lassen und dann wenn mir noch was auffallen sollte würde ich dann halt nochmal ein Video dazu machen logischerweise jetzt erstmal nur so mein Fazit nach 2 Wochen Benutzung wenn ihr noch Fragen zum Echo Show 8 dritte Generation habt oder zweite Generation den habe ich ja davor in Ewigkeiten gehabt dann einfach in die Kommentare posten ich werde mein Bestmögliches tun euch die Kommentare zu beantworten und ich bin jetzt weg bis zum nächsten Mal Ahoi das sagt euer Odin Bis zum nächsten Mal.